Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Wir stehen hier über den Leichen von ein paar als Arin verkleidete Meuchelmörder, kann man das so sagen. Irgendwie sowas halt. Und ja, wir sind, glaub, genau auf der Suche... Also eigentlich wollen wir ja mit Jenna irgendwie flüchten, aber irgendwie war noch was anderes. Auf jeden Fall hatten wir irgendwie ein paar Pferden aufgenommen. Jennas Geruch haben wir hier und Geruch des ersten Bestochenen, Geruch des dritten Bestochenen und des zweiten Bestochenen. Und wir wählen mal den des ersten Bestochenen aus. Und schauen mal, wohin uns der führt. Den wir mal wieder Hundi übernehmen. So, erst folge ich mal der grünen Pferde. So, äh... Ja? Boah. Wäre auch schön, wenn man noch was sehen könnte danach. Wechsel mal zu Morse. Hier haben wir ein paar Sachen. Westeros-Archiv, die Währung von Westeros und Siegel der Erkenntnis. Oh, ich wollte immer noch die Lesefolge mal machen. Ich vergesse das immer. So, halt ne... 50 Silber... Silberhirsche. Huch. Jetzt habe ich mich, äh... selber erschrocken, als ich auf den Hund da gewechselt habe. Hier geht es irgendwie nirgendswo lang. So, Gott. Hä? Steuerung. So. Nein. Drehe ich mich zu schnell. Ach ja, habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich diese Spurensucheaktion mit dem Hund liebe? Gibt es ihn nämlich überhaupt nicht. Ich finde die total langweilig. Ich meine, man läuft... einfach... diesen dämlichen Geruchsfahnen nach. Das ist nicht, warum ich jetzt die grüne Fährte nehme. Führen aber beide eh scheinbar in dieselbe Richtung. Zumindest bis jetzt. Das ist einfach... Könnte man doch so die Karte ablaufen. Jetzt ganz ehrlich, da muss man keinen Hund für dann nehmen. Aber na ja... Ich glaube, die grünen Spuren sind einfach die anderen Questspuren, die wir haben. Ich nehme mal... Ich gehe jetzt doch weiter mit der hier. Passiert aber auch wieder... Ich würde ja jetzt gerne mit Mors gucken, ob da irgendwas, äh... noch interessantes ist. Aber dann müsste ich den ganzen Weg mit Mors dahinlaufen. Das Problem... Die laufen ja dem Hund nicht nach, meine Leute. Die bleiben ja da stehen, wo sie sind. So. Ah. Ich glaube, da können wir wieder jemanden die Kehle durchbeißen. Aber nicht, wenn wir uns so nähern. Eher so. So. Ne, so ist auch noch nicht richtig. Beziehungsweise wollen wir dem überhaupt die Kehle durchbeißen, ne? Ich bin auch... Ich bin auch... Ah... Ärgerlich. Obwohl, ne, warte, mit dem kann man reden. So, ja, gut. Muss man dann immer alle töten? Dacht, er ist ja werfeindlich gesondert. Was? Raph Schimmel. Super Name. Hey, Mors. Ich habe dich in Jahren gesehen. Was machst du hier zurück, Raph? Ich habe die Zahl der Begriffe verloren, die ich dir gefordert habe, um das Gift zu verlassen. Ich passe nur durch, während du betrachten. Ich habe das Körper von einem Bruder des Nachts, nicht weit von hier. Der Weg führt direkt zu dir. Wenn du weiterentwickeln, schau dir alles, was du findest, ist mehr Schäufe, Mors. Wir werden sehen, dass du das, du Bastard. Sie legen dich auf die Schwere, wird ein Pfeil. Ja, toll. Hätt ich ihm doch direkt die Kehle aufbeißen können. Bösartiger Schlag. Warte, erst Bluten, dann das hier. Du machst das und das. Dürfte eigentlich nicht lange überleben. So. Warte, Schlag nochmal so. Und nicht genug Energie. War ja klar. Jetzt vielleicht. Ja, jetzt. So, sehr schön. Patrick kann mal Ernichtung machen. Naja, zieht jetzt nicht so viel. Könnt ihr mal beide eure Energie wiederherstellen. Obwohl, Hundi kann noch was machen. Chill schnappen, umwerfen. Wirfen wir um. So. Du machst dann mal schnell deinen Tod von oben. Könntest du das nochmal machen? Solange er liegt. Dann mal hier niederschlagen. Mors kann wieder diesen Schlag hier machen. Das müsste jetzt das Ende sein. Ja. So. So. Ja, warum hat er den Bruder getöttet wegen Geld? Warum auch sonst? Die Southerrens-Leader, erzähl mir, was du von ihm kennst. Die Smuggler von Molstown haben einen Zusammenhang mit ihm. Du kannst ihn finden, wenn du ihn findest. Du sagst, du war in Molstown für Geld. Tell me, was du planst. Ich... Raph? Raph! Wir werden nichts mehr aus dem Barsch. Der Weg endet hier. Bist du zurück, um zu sehen, ob die anderen Gäste etwas mehr interessantes führt. Nee. Äh, ist egal. Einmal. Einmal wieder Hundi. Und neuer Geruch. Geruch des zweiten Bestochenen hätte ich gerne. Toll, hier riechen wir ja mal gar nichts. So. Schnell wieder... Ah! Da sind Gerüche. Da entlang. So. Was haben wir denn noch hier? Mal schauen, wohin die führt. Vielleicht zu uns interessanten oder... Aber wieder was relativ unspektakuläre, weil... Sooo ausschlussreich war das jetzt nicht, dass wir diesen Raph... äh... Schimmel... Super Name echt wundervoll... gefunden haben, weil der hat uns eigentlich nicht weiterhelfen können. Haben wir mal eben umbringen können. Wir haben auch... was gemacht irgendwie. Aber... mehr hat es auch nicht gebracht. So, jetzt sind wir auch mitten in Mulvarp wieder. Beziehungsweise... Ja, was heißt mitten in Mulvarp? Mulvarp ist ja eher unterirdisch. Oh. Beute entdeckt. So. So. Super. Sonst die Silberhirsche. Können wir uns ja mal so gar nichts von kaufen. Hier endet auch schon wieder die Spur. Na super. Haha. Ganz toll. Äh... Des dritten bestochenen. Jarrod Spice nach Grob. Gemisch mit Erregung. Gemisch mit Euphorie. Achso. Mit Erregung. Aha. Was für eine Erregung. Ich hoffe ich spreche nicht zu laut ins Mikrofon. Das wäre nicht ganz so geil. Für euch. So. Einmal... Einmal mit Morse. Das heißt jetzt Leichen im Puff gleich oder was. Die rote Schriftrolle zeigt eure Hauptquests an. Die blaue Schriftrolle eure Nebenquests. Ja rot ist auch ne äh... Ganz tolle Beschreibung für diese Farbe. Ich würde sie eher orange oder braun nennen. Aber naja. Geht mit eurem Fiore nicht verschwenderisch um. Denn ihr Inhalt ist nicht unerschöpflich. Sag bloß. So ne nimmervolle äh... Fiolo oder so. Verlustig. So. Was? Ne eigentlich will ich gar nicht wissen was du unter deinem Rock hast. Äh Sibyl. Wollen wir mal mit Sibyl reden? Wir reden mal mit Sibyl. So. 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 Wenn du nicht entschuldig warst, warum warst du wie ein Peßant? Und warum würdest du versuchen, mich zu glauben, dass du nicht von diesen Teilen waren? Ich habe panickte, das ist alles. Aber ich werde zurück. Well, ich glaube, ich war. Es ist nicht so, als ob meine Wäsche mir selbst erwartet hätte. Es sind die kohlen Mors. Ich kann es nicht mehr zuführen. Die letzte Mal, ich fuhr über die Wand, dachte ich, ein gutes Feuer jeden Abend würde uns helfen, unsere Kraft zu halten. Ich wusste, dass es alles gut sein würde. Aber wie falsch war ich. Wir waren so gebrochen, dass ein von unseren Brüdern eine Hand verloren hat. Und ein anderer wurde von Krankheit, nachdem der Kälte ihn so viel verweigert hat. Ich? Ich war glücklich. Ich habe nur drei Beine verloren. Aber was wird es die nächste Mal sein? Mors, es ist nicht sogar Winter, ja? Wie würdest du es, Prinzessin? Dass du aufbauen, unter der Dornisch-Sund? Dass du in einer King's Landing-Horehouse wirst? Du denkst das besser als hier sein? At least ich bin warm. Hast du ever steppet foot in die Mire of Flea Bottom? Es ist nicht nur Paläste in der King's City, ich kann dir sagen. Und wenn du in den Rippen nicht verstehst, weil du nicht aufbauen kannst, wirst du mehr als deine Beine verlierst. Du wirst du von der Vermin, die der Kälte des Norden zerstört. Und du sehen, dass die Leben, die du vorst, verletzt dich, und wenn du wirst, aufbauen kannst, wo du wirst? Wer wird da, wo du wirst? Welcher Meister wirst du vorst, von dir? Hm. Du bist wahrscheinlich richtig, Mors. Ich besser zurück in der Castle Black. Wiese decision. In any case, es war das? Oder die Todes? Danke. Für alles, Bruder. Eine letzte Sache, und... Du bist nicht zu sicher, dass deine Frau noch lange wartet für dich. Ich war hier seit 15 Jahren, und ich habe noch Hoffnung, dass meine Familie mich erinnert. Es sind Gedanken wie die, die dich durch den Winter bringen. Ich habe meine Frau, Mors. Oh. Ja. Zu Hause wird sie da wirklich nicht mehr warten, da hat er recht. So. Wei... Heißt es? Weide. Ach, Namen, ey. Die sind auch furchtbar. Ach so, Maulesel ist ein Händler hier. Hat der irgendwas Interessantes? Syrio Forels Duellstiefel. Ich weiß endlich wieder, wer das ist. Das letzte Mal wusste ich das ja nicht mehr. Aber ich habe ja jetzt angefangen, die Bücher zu lesen. Das ist Arias Tanzlehrer. Also in Anführungszeichen Tanzlehrer aus der ersten Staffel. Ich habe ganz... Ich habe voll vergessen, dass der so heißt. Äh... Lord Stark-Kettenhemd. Wenn ich auch... Ja, der Davos-D-Wertz-Handschuhe. Ritter-O-Man. Da ist mal gucken, ob wir noch was zu verkaufen haben. Ich glaube, ich verkaufe auch... Ich kaufe jetzt mal Dorns Axt. Äh... Wie geht das? Ach so. Rechtsklick. Genau. Großschwert hier. Nimm das. Da. Mit der Armbrust benutze ich doch sowieso nicht. Jagdbogen. Soja, der kann ich doch behalten. Gorns Rüstung. Da scheue ich mich immer noch ein bisschen vor, die zu verkaufen. Und Rüstung der Nachtwache habe ich ja an. Siegel der Erkenntnis kann auch weg. So. Dann kaufe ich mir mal das Lord Stark-Kettenhemd. Weil das in allen Bereichen besser ist, wie mein, äh... Dings von der Nachtwache. Nachtwache. Ihr habt da einen Preisnachlass. Einen Preisnachlass. 82 Silbergirsche. Oh. Sehr gut. So. Sie... Die sieht ja mal... Boah, sieht das bescheuert aus. Ich brauche einen neuen Helm. Warte, ich setze mal den Helm... ...ab. Nein, so ist es dann ein bisschen hübscher. Ach, das tut man nicht alles für die guten Werte, ne? Gott, ist ihr hässlich? Bah! Weide. Före. Ja, sagst du, magier. Du hast da ein Wegen. Wann, wie du sie benutztest? Oder ist es nur um die Frauen zu impressieren? Seid ihr flirte für jemanden. Ich bin ein recruitender für die Nachtwache. Wörter. Kein Interesse für mich. Ein Freundeser. Du hältst in diesen Landschern. Ist das richtig? Ja, das mache. In diesem Fall? Vielleicht kannst du mir von Hilfe. Ich höre, aber mach schnell. Du bist für einen Rekrutsch, wenn ich nicht verstanden bin. Ich habe jemanden für dich, aber du musst ihn wegziehen. Wer bist du? Es gibt einen Mann, Julian. Er gibt mir nichts, aber Probleme. Er hat mich nicht bezahlt, was er verdient. Seitdem er ihn nach meinem Platz hat, kann ich mich nicht ausfüllen. Wenn du ihn versuchst, ihn zu folgen, würde er mir ein großartiges Service machen. Und wo kann ich ihn finden? Er ist unten unten. In meinen persönlichen Kampen. Sehr gut. Ich werde gehen und sehen, was ich tun kann. Schade. Schlaf süß. Es sind nur Gifte. Krieger Kettenbeinlinger. Dreh dich mal um, Moss. Lass es auch bleiben. So. Ja, der Umgang passt von der Farbe ja ein bisschen besser zu dem, was wir gerade anhaben. Wenn wir jetzt leider überhaupt nicht mehr so aussehen, als wären wir von der Nachtwache. Schade. Ach, dieser blöde Helm, der stört einfach. Mit dem sieht das so kacke aus. Ich habe bis jetzt leider keinen besseren gefunden. So ein Müll. So. Platzen wir hier mal rein. Oh. 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 Ich habe keinen shiten mit mir zu schünen. Ich weiß, wo du den Geld verdienst hast, für diese kleine Party. Wie schon hat das? Ich habe nur gestesstelt den Ochsen Gerard, und jetzt will ich den Mann sagt, der Name ist Godrick. Du sagst mir, was du kennst noch über ihn wenn ich dich wäre. Und was wird uns passieren wenn wir das machen? Hör mir gut zu hören. Du bist schon schuldig von Tränen, um den Offen von Jarred zu akzeptieren. Keine Ahnung, dass du den Verlangen hast. Aber du kannst noch nicht wegschrauben. Sag mir jetzt. Ich werde nicht mehr fragen. Wo ist Godrick? Sein Name ist nicht Godrick. Er heißt Jorn. Jorn, weiter. Er und seine Mann haben einen Kampen gelegt, irgendwo in der Forst. Sie gehen durch die Schmuggler-Tunnel, um zurück zu Molstown. Wenn Sie so gehen, gibt es eine Tür nach unten. Sie brauchen die Password. Wenn Sie sagen, dass die Schmuggler bald beginnt, werden Sie durchführen. Also, die Schmuggler-Tunnel sind auf dem Imposter-Side. Offen Sie einem Mann ein paar Pfeifen von Gold, und Sie lernen den Preis seiner Ehre. Was haben Sie mit uns gemacht, Morse? Wir haben Ihnen gegeben, was Sie wollten, und wir haben nichts gegen Sie gemacht. Ich mag keine Verräter. Tschüss. Sehr gut. So. Äh... Morse kann sich mal... Obwohl, ne, Morse kann mal die ja alle töten. Und Patrick kümmert sich um den mit der Rüstung. So. Das dürfte ja nicht allzu lange dauern. Ach, jetzt greift Morse doch hier mit an. Egal. So. Ja, komm. Morse töte mal den hier hinten. Äh... Ja, Patrick, genau. Weiß auch nicht, warum ich gerade so viel rumgescrollt habe. Machst du mal das hier? So. Kannst du das nochmal? Ne, dann warte mal eben deine Energie auf. Dann mach mal einen verheerenden Schlag. Huch. Autsch. So. Sehr gut. Also, haben wir eigentlich irgendwie... Ne... Unaufmerksamkeit. Ach, unaufmerksam. Das hab ich ihm glaub gegeben. Streuner, ihr seid vom Lordkommandanten der Nachtwache offiziell zum Anwerber ernannt worden. Schaden plus zwei Prozent für alle eure Verbündeten. Opportunistisch. Ihr habt Jons Männer rekrutiert, die zuvor vom Lordkommandanten der Nachtwache gefangen worden waren. Schaden plus zwei Prozent für alle Verbündeten. Cool. So. Oh, die wollte ich jetzt einfach töten. Und. Da bist du, Mors. Der Lordkommandant hat uns gelegt euch eine Hand. Wir kamen so schnell wie wir können. Happy to have you with me, lads. Mors. Sie haben meine Wohnung. Wir müssen sie finden. Sehr gut. Wir sind klar? Wir werden uns den Gift von Jorn und die Bastards, die er mit ihm gebracht hat. Jorn? Das ist der reale Name von einem Mann, der sich als Goddrich Donnelly hat. Und wenn ich ihn finde, ich werde ihn mir den Namen von jemandem senden ihn hier. Genau. Wir nutzen die Untergrund. Und wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, ist, dass du dich da hinter den Brothels kitchens stehst. Und wenn wir da sind, wird es mit den Potenzialen. Die Mädchen muss unsere Priorität sein. Watton Miles, wenn du den merensten Fallstuhl hast, dass niemand näher kommt, Jane. Patrick und ich werden die resten. Wenn du uns kommt, das bedeutet, dass wir Hilfe brauchen. Wenn das passiert, ich bin auf dich, um uns eine Hand zu geben. Entstanden. Der Schittstain Godrick hat sich mit der Night's Watch begonnen. Er wird bald lernen, was ein Fehler das war.